Eine der meistgestellten Fragen in meinen Kursen ist, warum schaltet sich das Smartphone immer ab? Deswegen ist es sehr wichtig zu erklären, dass dieses Gerät, um Akkustrom zu sparen, sich immer wieder in den Standby-Modus schaltet. Die Grundeinstellung ist 30 Sekunden und gerade für Senioren ist das viel zu kurz. Diese Einstellung kann man natürlich ändern und das zeige ich in der Aufgabe 4 in meinem Smartphone-Kurs. Hier oben, da ist so ein kleines I und da habe ich die Folge für Sie noch mehr hinterlegt. Nicht vergessen, mir einen Daumen nach oben zu geben oder noch besser, Sie abonnieren diesen Kanal einfach hier oben auf das Logo tippen. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie mir hier über die Kommentare oder über meine Webseite. Ich freue mich. Tschüss!